Genau diese Information liegt dadurch im Durchgang. Es ist einfach Informationsmedizin pur. Also wie gesagt, wer hat Interesse, bitte sich bei Tempo einschreiben lassen. Gut, jetzt machen wir mal weiter bei dem Mollkamm. Und ja, was kann man, das fällt mir jetzt gerade so mal ein, wenn man jetzt hier mal anschaut. Da war ja Fibroplasten und Killerzellen. Im Zeitalter des Internets, was würde man da machen? Ich mache jetzt einfach mal so aufs Schade wohl. So, wir kommen jetzt hier hoch. Fibroplast-Definition von ansatz.com. Schauen wir uns das mal an. Und da sagen wir hier, ein Fibroplast ist eine Zelle, die gefunden wird im Verbindungsgewebe. Verschiedene Formen und wird assoziiert mit der Kollagenfiber, also wie sagt man das Zellgewebe und verbindendem Gewebe. Das ist jetzt interessant, wenn ich das wirklich, wenn ich da wirklich eine Verbindung haben will. Wir haben ja gesagt, wie kann man das jetzt verbinden gehen. Was war das andere, der andere Teil? Was war überhaupt seine Frage? Was war der Filter, den wir eingegeben haben? Umbruch. Umbruch versus Beständigkeit. Beständigkeit. Ja, und welcher Teil in unserem Körper verkörpert Beständigkeit mehr als jedes andere? Das Bindegewebe. Das ist genau das, was ein Fibroplast ist. Das ist das Bindegewebe der Zelle. Und auf der anderen Seite war die Killerzelle. Und die Killerzelle ist Umbruch. Veränderung. Ja? Veränderung. Umbruch ist ja absolut archetypisch. Ja? Jetzt verstehen wir, das reflektiert das. Das reflektiert den gleichen Konflikt. Ja? Jetzt hätte es auch irgendwas anderes hochkommen können, wo wir das ein bisschen anders verstanden hätten. Aber es geht nicht so, ich verstehe, es geht um einen Repräsentanten finden, den wir dann als Matrix kommunizieren können. Und dann schauen wir jetzt mal da rein, was es da sonst noch gibt. Und da zeige ich folgendes jetzt zum Beispiel. Der Michael Kallup, der ist extra hierher gefahren am Freitag aus Wien. Konnte aber jetzt dieses Wochenende nicht da sein. Nur um zu zeigen, so ein paar Module, die er jetzt gerade macht. In deutscher Sprache. Und das ist, was wir brauchen. Wir brauchen Leute, die Module machen. Die ihre eigenen Erfahrungen da einbauen. Also wie, Gabriele, wenn du jetzt, du kannst ja eine Module machen, eine Gruppe machen, wo die Erfahrung eingeht. Ja? Und der hat da zum Beispiel dieses Akkupressur-Modul gemacht. Das zeige ich jetzt mal. Ich glaube, ich habe es noch nicht ausprobiert, überhaupt nicht. Da haben wir hier die ganzen verschiedenen Gruppen. Und da kann ich jetzt auch einfach alles auswerten. Auswerten, wählen und dann auswerten. Wechseljahrebeschwerden. Wechseljahrebeschwerden sogar das zweite macht auch noch. Na? Ha, Mensch, wie kann das? Da muss ja jetzt wirklich was schiefgelaufen sein. Oder bist du gleich ein Transvestit? Na? Das kann doch wohl ja nicht sein. Wechseljahre, bei einem Mann. Aber wie nennt man das bei einem Mann? Das gibt es ja. In den haben wir quasi nicht. Nein, nein, nein. Da gibt es ein ganz echtes, richtiges, waschechtes medizinischen Fachausdruck. Das klingt, wisst ihr alle nicht. Das ist die Anruppause. Die Anruppause. Ja? Glaubt ihr mir das nicht, oder glaubt ihr das nicht, dass das stimmt? Also er ist jetzt in der Anruppause. Kann stimmen? Ha? Kann stimmen, kann nicht stimmen. Ja, also, wenn man anfängt zu sagen, stimmt oder nicht stimmt, dann ist man sowieso schon verloren. Nur verloren. Also in der linken Gehirnhälfte, ja, nein, schwarz, weiß, richtig, falsch. Stimmt, stimmt. Ich kenne die Anruppause, aber die Anruppause können. Gut, das machen wir jetzt mal für die Leute, die noch hier noch ein bisschen Zusatzausbildung haben wollen. Ich gehe nochmal hier rein, nochmal eine Anruppause. So, was wissen wir denn? Aber Anruppause? Anruppause, Wechseljahre, Midlife-Crisis, ja, ja, stimmt, das ist richtig, ja. Wir wollen ja medizinisch sein. Männer sind anders, oder, ja. Also hormonelle Ursachen, Behandlungen, ah ja, das wissen wir ja, braucht Testosteron. Na, jetzt haben wir es. Also, aber jetzt mal, was machen wir jetzt damit, ja. Das Interessante jetzt zum Beispiel ist folgendes, dass da zweimal Wechseljahre-Schweren nacheinander sind, beide sehr hoch, ja. Und das zweite hat eben Hauptpunkt am Ansatz des Hals pressen, am Ellenbogendrücken, am Mittelfußknochen, das kleine Zehendrücken, hinten, oberhalb des inneren Fußknochen, das massieren, dann Hilfspunkte in der Mitte des Gesellspackens pressen, dass sich einfach zusammenkneifen, ja. Also, bei dem zweiten Holzbeinwirbel pressen, bei starkem Wechseljahre-Schweren sollte man den Hauer zurück suchen, also, klar. So, was, das ist jetzt die Beschreibung von, wie man das anwenden kann, in Akupressur, ja, in Akupunktur. Aber was, was, was sehen wir jetzt, was zeigt jetzt dieses wieder Umbruch, genau, Umbruch, ja, und beim bestehenden Bleiben. Also, besser könnte es gar nicht sein, hier ist, das brauchen wir gar nicht zwei Ankreuzen, erreicht eins, weil das beinhaltet schon das gleiche Thema. Ja, also, das hat jetzt der Michael Kallup gemacht, das ist ja auch super, aber da gibt es noch tausend andere Felder, die man mit eingeben kann. So, jetzt gehen wir mal zu einem anderen. Er macht die jetzt, er tut schon sein halben Jahr da rumarbeiten und hat schon eine ganze Bräuter-Bibliothek und tausende von Bräutern mit Beschreibungen und macht es auch mal in verschiedenen Sprachen. Er spricht auch russisch und macht es auch mal in russisch und spanisch und wenn das dann soweit fertig ist, jeder, der das machen will, wir stellen es auf unserer Haupt- und unserer Webseite und ihr will bestimmt, die ihr Kommission haben, 50 Prozent oder 50 Euro pro Stück oder was auch immer, dann bieten wir das an. Ja, und dann kann das jeder runterladen und ab der Version 6 ist es dann auch geschützt, das heißt, wenn wir es jemanden runterladen und einen anderen Anwender gibt, dann funktioniert das auf dem sein Computer. Ja, das ist dann auch geschützt. So, gehen wir mal zurück zur Auswertungseingabe. Ah ja, da sind wir hier. Das brauchen wir mal jetzt nicht. Jetzt schauen wir mal auswerten, was kann man sonst noch machen. Und das ist auch etwas Neues. Das haben wir jetzt auch im Moment noch nur in Englisch, aber wahrscheinlich wird es auch in Englisch bleiben, weil es so monumental ist. Das sind fünf Bücher, die nur Symptomen und Krankheitsinterpretationen beinhalten. Es geht also weit darüber hinaus über das, was der Dahl hier macht. Geil. Ja, fünf dicke Bücher. Und das ist bei dem Michael Linke. Michael Linke. Und der sieht also so aus. Der über 80 jetzt schon und ist ein, auch ein Informationsmedium. Der hat also diese Bücher schreibt, der einfach so diktiert, ja, wird ihm diktiert, ja, oder er empfängt sie halt. Und das wäre sonst überhaupt nicht möglich. Aber man sieht, der hat halt zehn, nicht ganz zehn, aber vielleicht dreitausend Krankheiten und zu jedem, zu jeder gibt er seine Interpretation. Ja, nie haben wir jetzt das Recht, alle da drin zu haben, im Kurssystem. Und da können wir jetzt Folgendes machen. Dann können wir zum Beispiel ganz simpel sagen, alle auswählen. Also, ich note, dass wir dasberries tapsen, natürlich auch hier, dass wir jetzt, dass wir uns so auswählen. Vielen Dank.